Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen Steinmetz Meisterbetrieb Rudolf & Bärbel Reichel GbR mit Sitz in Görlitz wurde vor über 100 Jahren gegründet. Das Leistungsspektrum umfasst die Herstellung von Grabmalen und Grabanlagen, die fachgerechte Sanierung historischer und denkmalgeschützter Bauten und Bearbeitung von Naturstein für Haus und Garten. Die Erfüllung individueller Kundenwünsche hat oberste Priorität. Eine sorgfältige und professionelle Beratung steht am Anfang eines jeden erfolgreichen Auftrages. So lassen sich zum Beispiel mittels 3D-Grabmalkonstruktion Ihre Wunschvorstellungen vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn am Computer visualisieren. Qualität hat einen Namen. Steinmetz Meisterbetrieb Rudolf & Bärbel Reichel GbR Diggerstrak Diggerstrak Nur Städtebetrieb Rudolf & Bärbel Reichel Diggerstrak